Hallihallo, jetzt willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge The Outer Worlds und ja, wir haben uns mal ein bisschen ausgemistet, man sieht es vielleicht hier oben, wir haben ein paar Punkte vergeben, hier haben wir ein bisschen in den Schloss knacken reingegangen und schleichen und hacken und hier unten ein bisschen in die Tech rein, hier oben ein bisschen in die Feuerwaffen rein, ja, mal ein bisschen, ne, ein bisschen Stuff gemacht und genau, jetzt können wir hier mal in der Gegend rumlaufen und die einzelnen Leute anquatschen. Mal sehen, was die so zu sagen haben. Aha, ja, ja, mach dir mal darum keine Gedanken, ich bin hier, um zu helfen. Ganz ruhig, ich hab da nur ein paar Fragen. Ich hab ne bessere Idee, ich bleib genau hier und du beantwortest meine Fragen. Glaubst du, du kannst das? Ah, kein Problem. Hier sieht es ja echt übel aus, was passiert? Ja, 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 das ist kein Problem. Was ist deine Aufgabe hier? Muss ich dich erst beklauen, damit du mir Antworten gibst? Ja, okay. Gut, ja, dann seh ich mich mal um, ne? Du bleibst genau da, wo du bist. Ja, nicht, nicht umdrehen. Huh, das war knapp. Das war echt knapp. So. Huhn, was haben sie dazu zu sagen? Na gut, dann müssen wir der Sache mal weiter auf den Grund gehen. Das sind Rekruten, das ist ne Wache. Hier hat keiner das sagen und hier kann keiner was sagen, ne? Orson Shaw. Äh, wovon redest du? Nein. Das mit dem Klauen und Plündern, ja? Kadaver, nein? Da muss man schon einen Unterschied machen, ne? Ich bin hier, um zu helfen. Jemand hat einen Notruf abgesetzt. Äh, ich hab gehört, hier gibt's Probleme und wollte mir das mal anschauen. Das wird gar nichts sein. Nein, Notruf. Oh, well, good luck. Der Wissenschaftler scheint vergessen zu haben, dass du noch da bist. Of course, because they didn't... If you get this, Chris, this, come on, he's gotta put it in the next step and the power of love. Of course, that's what he did. Hm. Ahem. Kollege? Hallo? Was machst du da? What does it look like? I'm preparing a personal defense device. Or trying to, anyway. Also, wenn du ein Kabel von dem Kondensator da legst, kannst du den Stromkreis überbrücken und ein bisschen Energie sparen. Ich sag's ja nur. Also, ja, du brauchst meine Hilfe nicht, aber trotzdem, ne? Ah, kein Problem. Brauchst du Hilfe? No. Well, yes. Well, no. Perhaps. Yes, no. Maybe. Wo ist denn das Lager? Hm. Okay. Geht das auch ein bisschen genauer? I found an advanced pistol when we moved here, but it's broken. I need those schematics to modify it to output superheated air. It should quite easily burn through Raptodon hides. Ah, okay. Say, you wouldn't happen to have a tube of thermal paste on you, would you? Blast. Well, good luck. I hope I see you back here in one piece. What do you think you're doing? Ich hatte dich doch extra dahingehend informiert. Weiß nicht, warum du jetzt so tust, als wäre das neu für dich. Ach. Bist aber auch. Ja, ja, ich geh einfach hin. So. Na klar, wir haben jetzt mit einem Typen kurz gesprochen und auf einmal ist der ganze Tag weg. Du wolltest mich doch verarschen. Apropos Arsch. Hi. I don't had enough of this shit. I'm just the fucking Tarmac Guard. No one said nothing about fighting no raps. Naja, genau. Bezahlt man dich fürs Rumheulen oder machst du das gratis eigentlich? You're powerful free with that tongue of yours. Naja. Was ist was dagegen machen? You got me. Just testing your metal. Not much fight left of me anyways. Oh, kein Problem. Was ist denn passiert? Alarms went off, raps broke loose and I high-tailed it in here to get a wall between me and them beasts. Hm. Verstehe ich. Kannst du mir sagen, wer hier das sagen hat? Scientist. Name I Anton Crane. Someone said he's panicking inside the comm center. Ja, den habe ich schon gesehen. Äh, was hast du draußen gemacht? What do you think? I'm the landing pad guard. I was standing out on the fucking Tarmac. Hast du schon gesagt. I love a job until all this. Anything else you'd like to know? Ja, klar. Ähm. Hattet ihr hier Raptoren, äh, etwa eingesperrt? Ähm. Forget I said anything about that. Ähm. Was soll ich vergessen? Wish they tasted like Sissy Pig. Them's good eating. Them's good eating. Und, äh, wie schmecken sie wirklich? Ah, ja. Hast du vielleicht den Notruf abgesetzt? Distress call. From here? Shit. They told me that weren't allowed. Shit. Got me. I just do what I'm told. And I was told not to do such. Hm, hm, hm. Na gut, ich guck mich mal rum. Oh, before I forget. Anti-Cleos makes the best pharmaceuticals in Halcyon. Better than nature. Not like that crap Spacer's Choice Petals. Ja. Alles klar. Gut, ähm, ich geh noch mal hier in die, in das große Gebäude rein, ne? Bleibst du mal kurz stehen? Ich muss dir mal was fragen. Ach. So, was haben wir hier? Ach, Phineas Wells ist gesucht. Ja, das wissen wir doch schon. Könnt ihr vielleicht mal die Türe zumachen, wenn ich hier klaue? Zu! Nicht auf! Ja, ihr stellt euch jetzt mal bitte dorthin und bleibt da, okay? Mann, 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 Mann. Was ist, wenn sie wenigstens die Tür gleich wieder zumachen würden? Ach. Ich hab ne Türe gefunden. Vielleicht keine Wärmeleitpasta, aber vielleicht gibt's trotzdem. Ich hab ein eigenes Buch mitgenommen, ne? Ich will gleich mal gucken, was das ist. Okay. Ihr bleibt da hinten. Es ist überhaupt nicht auffällig, wenn ich das mache. Ich kann nicht aufhören, wenn ich das mache. Blankenship, sie ist okay. Aber Lunsford hat die höchste Rate der Fußballspieler pro Spiel. Aber wenn du mit den Fähigkeiten des Gegens, seine Fußballspieler pro Spiel spielst. Ja. Was? Lunsford spielt weniger gegen bessere Teams. Habe ich, ja, habe ich aber auch, ja, gesagt. Meinst du, bei Fallout wäre das nicht gegangen? Okay. Hier wär's ja auch beinahe, äh, hätt's ja auch beinahe nicht geklappt. Kurz da drauf, äh, dass irgendwas, äh, so richtig kaputt geht. Okay. So, äh, ja, okay, 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 okay. Was haben wir denn hier? Dialogfertigkeiten. Gleichen schleichen. Okay, was haben wir hier? Tarnung. Aber halt auch nur sechse. Äh, Flusterrohr. Schussgeräusch minus 90. 90. Eure Rate. Hm, Magazin. Muni brauchen wir nicht. Ach, cool. Alles gut. Kann ich ja wirklich schon reingucken. Yay. Das fällt schon irgendwie vorher zu sehen, was man klaut kann, äh, was man dann klauen kann. Schon. Schon nicht ganz verkehrt. So. Ja, komm, hier. Einmal hacken. Sicherheitsrelevante Situation. Alle Angestellten melden sich bitte an ihren zugewiesenen Arbeitsplätzen. Verdichtige Aktivitäten sind im nächsten Anlagen-Sicherungsingenieur mitzuteilen. Und die Clio ist für die ganze Familie da. Auch für Kinder. Okay. Äh. Gut. Äh, willkommen, Anton. Naja, vielleicht mit sehr viel Glück. Pro Gegenstand, den du aus dem Inventar des Gegners in dein Ereignis ziehst, bekommst du da mehr EP und umso höher ist auch die Chance erwischt zu werden. Ah, okay. Ja, okay, gut, ja. Ist ja auch realistischer, ne? Aber egal. Tagebuch, ein Tag eins. Ich fühle mich recht einsam hier. Ja, Jameson ist der Einzige hier, der etwas drauf hat. Aber selbst er sträubt sich gegen meine Führung. Wahrscheinlich eine natürliche Reaktion auf den unnachgiebigen Druck, den ich ausübe. Aber wenn er jemals nach Byzantium will, braucht er genau diesen Druck. Ich hoffe, dass er das einmal einsieht. Aber sollte das nicht der Fall sein, wird seine Arbeit so zumindest nicht meine Chance verringern. Ich werde mir seine Berichte weiter anschauen. Für den Fall, dass auch sie der Korrektur bedürfen. Weitere Mahnungen können wir uns hier nicht leisten. Ich habe gehört, wie Jameson heute mit Vaughan gesprochen hat. Er schimpfte über mich, dass ich ihn und alle anderen hier für meine Zwecke benutzen würde. Von Vaughan, dem faulen Kerl, würde ich diese Gehässigkeit ja erwarten. Aber Jameson? Wie kann er nicht erkennen, dass mir sein Wohl am Herzen liegt? Es sollte mich wohl wenig überraschen. Meine energische Zielstrebigkeit hat schon immer andere gegen mich aufgebracht. Mit unserem neuesten Durchbruch ist Byzantium für mich wohl zum Greifen nah. Meine nächste Beförderung geht mit Sicherheit dorthin. Sofern man nicht durchschaut, dass ich versuche, die restlichen Idioten hier zu schützen. Ich werde dieses Gefühl der Unruhe einfach nicht los, das mich umschließt. Es ergibt keinen Sinn. Obwohl Trammel zwar noch kein genaues Datum genannt hat, versichert er mir, dass Byzantium nur noch ein paar Wochen entfernt sein könnte. Warum beschleicht mich also dieses Gefühl der Leere? Wahrscheinlich schwache Nerven. Ich weiß, dass man mich akzeptieren wird. Wahrscheinlich geradezu verehren, wenn ich erst mal ankomme. Ja, oder halt auch nicht. Was macht ihr denn hier? Aber wenigstens die Tür zu. Mehr kann ich ja nicht erwarten oder verlangen. Hi, Leute! Das ist alles Clown, ne? Das ist nicht gut. Ich würde sowas nie tun. Könntet ihr bitte gehen? Wäre das machbar? 41er Rüstung. Fortschrittlicher Schutzhelm Gold. Wer auch immer gesagt hat, dass die beste Verteidigung ein guter fortschrittlicher Angriff sei, druckt vermutlich diesen Helm. Okay. 26 mit Hecken plus 5. Hecken plus 5. Ausweichen 7. 41er Rüstung. Oh, ich bin fast geneigt. Hier so ein 26er. Hecken 5. Aber ist halt leider kein Schloss knacken. Das ist so... Gut, egal. Muni haben wir genug. Äh, verkaufen mach ich ja nicht. Na gut. Hier kommen wir nicht weiter. Leider. Gut. Dann... Sprechen wir jetzt mal mit dem Kollegen hier. Nee. Du musst Anton Crane... Gleich beim ersten Versuch richtig geraten. Ich bin hier, um dir den Chaos zu machen. Wenn ich hier wäre, um dich umzubringen, dann wärst du schon längst tot. Richtig. I must apologize if my call devoted you. I may have panicked. Everything is under control now though, truth be told. Ah. Unter Kontrolle. Sieht aber überhaupt nicht so aus. Was verbirgst du? Was war denn ursprünglich der Grund für die Panik? Für wen hast du mich denn gehalten? Komm zum Punkt. Erzähl, was genau passiert ist. Für wen hast du mich denn gehalten? Arbeitest du allein, deiner Forschung? Die da wäre? A ticket to the good life, once my research plays out. Byzantium. Recognition, money, proper facilities. No more uninspired adults like my associates here. Wenn all das auf dem Spiel steht, würdest du doch sicher um jedermanns Hilfe betteln. And might you be the sort of person who's not averse to risking your life if the pay were right? No. Was brauchst du denn von mir? Hundert ago, a group of vicious malcontents fell upon us. Shut up our labs and loosed our research subjects, the Raptodons. If those Kretans get their hands on my research, well, they'll need not kill me. Wenn du mir sagst, was ihr erforscht, hätte ich vielleicht eine bessere Vorstellung, worum es hier geht. Schwachköpfe eliminieren, Forschungsunterlagen beschaffen, verstanden. Soll ich mich auch noch um das Raptidon? Raptidon? Ich wollte unbedingt Raptituiden-Problem sagen. Etwas überdramatisiert findest du nicht. Übeltäter? Schwachköpfe? Ich arbeite nicht für formpöse Arschlöcher wie dich. Äh, nö, die 1. You have a point there. It most decidedly cannot make this situation any worse. All right. We were tasked with formulating a new and improved Dental Gel. Willst du mich verarschen? Moment. Bei all dem hier geht es um Zahnpasta? One cannot exaggerate the benefits of good dental hygiene. May I continue? Ja, aber bitte doch. While doing research on enzymes specific to the Raptidon's digestive system, we developed an additive which we subsequently discovered to be the most effective appetite suppressant ever. Äh, du kannst das schön reden, wie du willst. Das ist trotzdem bloß Zahnpasta. Äh, Diät-Zahnpasta. Ich habe verstanden. Ich eliminiere die Schwachköpfe und hole deine Forschungsunterlagen. Ja, mit dem schönen Reben. Die ist nicht eure Leben wert. Nicht mal, wenn sie der ultimative Raketentreibstoff wäre. Oh, I'm certain it could be made into that as well with only a few changes to its molecular composition. Hm, klar. But you're missing the point. Let's focus for a moment, shall we? Even if you disregard the obvious value of Auntie Cleo's Appasap Diet toothpaste in and of itself, we're talking about my career here as well. Appasap? Na klar, weil der Appetit einfach wie weggesappt wird. Nice, ist es nicht? Came up with that myself. It's a shame our marketing department is almost as befuddled as my co-workers here. Yes, but don't kill her mother if it's avoidable. We've need of her to replenish our stocks. I think there's gas in the lab somewhere that can be used to put them out. The research is in the safe in my office. You'll have need of my code and keycard. The lab's entrance is in the side of a hill. You can't miss it if you just follow the road. You'll pass by the town's original... By the grand architect. Jameson, he's in the old lab. Wer ist Jameson? Du bist ja ein super Typ. Du hast ihm den Tod überlassen. Soll es dich was schämen. Klar, der Paperwork ist ja auch das Schlimmste hier dran. Und du sorgst dich nur darum, welche Auswirkungen das für dich hat. Womit sonst? Mit Mitgefühl? Mhm. Ich wollte nur zuhören, wie du zugibst, dass du ein herzloser Mistker bist. Danke. Rät dir das nur weiter an. Und mein Kollege, Jameson. Willst du ihn für mich finden? Na klar. Ey, sorry. Bei dem konnte ich jetzt nicht hier Friede, Freude, Eierkuchen machen. Das ist so ein mieser Typ. Weiß ich nicht, Leute. Weiß ich nicht. Okay. Immer noch der Säurereiniger. Genau. Das Notsignal. Ich weiß nicht, ob Dr. Crane's research, aber wir sollten uns finden, Mr. Jameson. Er muss sich allein sein und Angst haben. Ja. Auf jeden Fall. Wo warst du, als du die Banditen angegriffen hast? Kein Job ist es wert, dafür zu sterben. Du bist ja ein richtiges Arbeitstier. Du wirkst nervös. Wir kommen vermutlich eh dran vorbei. Können wir irgendwas tun? Nicht so lange, als du es mir nicht erklärst. Details, bitte. Geht es um was Gefährliches? Und du willst natürlich, dass ich mich darum kümmere. Ne? Was Gefährliches? Nein, nein. Nicht, wenn du das... Warum würde ich das? Lass mich erklären. Ich bin extrakt. Ich bin extrakt. Organic compounds from Raptodons. Compounds that have, um, benefits. Mm-hmm. Extracting how? No, wait, maybe I don't want to know. In certain social situations. Personal situations. Where you might want to, um, enhance your charisma. Seriously. Captain, I believe he's making Enraptured. It's an aphrodisiac. Wrapped musk is the main ingredient. What? No. I mean, yes, I'm getting the musk. With Monarch Embargo, the price is sky high. But I'm not making the drug. Ein Aphrodisiacum? Funktioniert das? The results are outside the margin of error. Technically. Kommt zum Punkt. Sure. Of course. Our lab south of here, down the road. Not the old public lab. The one past that. Built into the mountainside. Die Straße runter, zweites Labor. Und wenn ich da bin? Anton hat mir von dem anderen Labor erzählt. Jetzt bin ich neugierig. Warum gibt es zwei Labore? Solltest du mir wirklich davon erzählen? Warum gibt es zwei Labore? Warum gibt es zwei Labore? Warum gibt es zwei Labore? Okay. He's kind of a tight ass about the lab. Like squeeze coal into diamond type. Hm. Hm. My equipment's in the lower levels. Way in the back. I have a big room all to myself. Dissection tables and whatnot. It should have been running this whole time. Just grab the results and bring them here. Okay. Äh. Ist das Zeug also wertvoll? If you have a buyer. I got a contact who wants to haul the entire batch to Byzantium. Help me out. I'll cut you in for a share. I'll even pay you before I am. When you deliver to me. Okay. Machen wir. Ah. Geh'n Ding, Brudi. Geh'n Ding. Ja. Na dann. Hawati. Du brauchst das bei Jun-Lane nicht. Oh. Ich dachte, ich muss hier hin. Oh. Na gut. Anscheinendlich. Da hab ich mich hier. Das hab ich da wohl falsch gesehen. Ahoy, Fummel. Seid gegrüßt. So. Aha. Oh. Oh. Shhh. Schuss. Mist. So, na gut. Ach, du wirst mich doch verarschen. Das sieht er. Na gut, dann sieht er das wohl. Das wohl aber nicht. Aha. So, gut, dann schauen wir mal hier raus und da rüben raus und überall raus und hast du nicht gesehen raus und raus, raus, raus und dann muss es ja irgendwo was geben und dann gehen wir in Labore und dann knallen wir ein paar Leute ab und dann knallen wir ein paar Tiere ab und dann looten wir ganz viel und dann haben wir Spaß. Bis dann, cheerio, ciao.